Bei den letzten Gruppen waren wir vorgegangen jetzt die Aktie. Alterspassung, 24 bis 39, alle zusammen in einer Gruppe. Die Gruppe angehandelt Felix Ehrke. Handel ist bereit, also Felix Ehrke aus Neurhandelbohr mit 160 Kilo. Erster Besuch. Felix, festmachen! Auf geht's! Folgen! Lass ihn fliegen! Opa! Die Tatsache! Alle sind wieder so gut, das sieht gut aus. Jawoll. Ständer 111 bitte, zweimal höher. Die Erschubel. Und 170 Kilo auf die Handel, das heißt die Fünfer praktisch dazu. Kommen wir erstmal runter, Fünfer und zwei Teile wieder auf. 170 Kilo für Felix Oemingen. Kommen wir aus Hannover. Handel ist bereit, 170 Kilo, erster Besuch Felix Oemingen aus Hannover. Sperr und Sie bei der Rede von Bezug auf die Handelbohr-Fünfer-Fünfer-Fünfer-Fünfer. Die Steine von Bezug auf der Bezug auf die Handelbohr-Fünfer-Fünfer. Eine Frage. Beuge! Beuge! Ja! Komm! Ich muss erklären, dass ich nur die Anstrengung noch helfen. Aber haben Sie das unbedingt geschafft? Ja, es ist gut. 85, glaube ich. 85 Statt da über 10, wieder 3, oder? Ja! Warum liegt das? Hallo! Das ist der Mann, der Mann. Das ist der Klappe von außen. Und 185, würde er aufgenommen werden? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Sebastian Chinas aus Güstrow hat es bereit. Sebastian Chinas aus Güstrow. Er ist der leichteste in der Gruppe, irgendwie 74,8 Kilogramm. 37 Jahre alt. Und Startgewicht 185 Kilogramm. 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 Beuge! Jawoll! Jawoll! Acht! Jawoll! Das ist klarerweise der Zielgruppe mehr auf der Handel, als er selber liebt. Sebastian Kinaski. Sehr gute Folge. So, Städterhöhe 13 bitte wieder. Also soweit höher. Und 190 Kilo auf die Handel. 2,5er dazu. Und 2,5er dazu. Und jetzt sehen wir den Andreas Wienendorf aus Bayern. Haben Sie es bereit? Andreas Wienendorf aus Bayern. 91 Kilo erst erwischt. 2,5er dazu. Und jetzt sehen wir die Oberfläche. 2,5er dazu. 3,5er dazu. 3,5er dazu. 1,5er dazu. Beuge! 4,5er dazu. 5,5er dazu. 3,5er dazu. 4,5er dazu. 4,5er dazu. Der nächste Blick, Toni Bernd, 195, bitte. Der Schusslauch muss weitergehen. So, jetzt ist die Hand bereit für Mahony Berg. Mahony Berg aus Neubrandenburg und er ist 95 Kilo. Erster Versuch. Spät. Beuge. Lass fliegen. Hopp. Fing. Ratsch. Hände weg. Hände weg. Rauli, hör mal her. Hände weg. Hände weg. Hände weg, zieg dich auf. Hände weg. Mach dich dauernd aus. Hände weg. Hände weg. Das ist ein Kilo. Hände weg. Ha, so. Ja. Ich meine, ich glaube 6 km. Ja, das ist kein Kilo. Ist das Paper? So, alle kremischen Feinheiten geseitigt, jetzt kann es weitergehen. 200 Kilometer auf die Hand, 2,5 Meter dazu. Einfach dazu. Felix Wotrowolski aus Hamburg, 30 Jahre jung, 94,9 Kilo Körpergewicht, 200 Kilometer, auf der ersten Person. Applaus Lange 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 aus Hamburg. Und ein Hamburg-Lock, der wird mit 220 Kilo, 2,5 mal runter, 2,5 mal runter, so, Handelspanne ist bereit, ja, Fleckenstein, so, Handelspanne ist bereit, so, jetzt ist alles klassisch, und ich rufe an die Handel aus Nordrheinburg, Jan Fleckenstein, und ich rufe ein 220 Kilo in erster Versuch. Auf geht's! Puh! Schau mit, die Scheiße! Komm! Augen! Sack, 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 sack! Hup! Ausnahme! Topa! So, das war die erste Runde. Wir reduzieren wieder auf 1,70 Kilo. So, 1,70 Kilo. Da sehen wir Felix Gerke aus Nordrhein-Burg. Hand ist bereit. Felix Gerke aus Nordrhein-Burg. 1,70 Kilo. Zweiter Versuchung. Schuhe aus. Auf geht's. Ich würde das entsprechen. Folgen. Schuhe aus. Schuhe aus. 185 Kilometer auf die Hand. Schuhe aus. Schuhe aus. 10. Ich bin jetzt Felix Übingen. Felix Übingen aus. Schuhe aus. Huch! Erbracht! Locker! Kontrolle! 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 Hey! Locker! Beuge! Urlaub! Acht! Bravo! Jawohl! Felix! Wenn du so getrocknet, packst du das gut aus! Mach nicht dieses... Komm einfach nur hoch! Was? Schriftlein ein bisschen stark hoch! Mach nicht dieses... Die Jungs fliegen hier mal oben mit dir zusammen! Gut, aber stark! 10 Kno mehr, ja! Oder 200! Oder 200! So! Wir stellen runter auf, stellen dann bitte! Stellen dann bitte 10! Stellen dann bitte 10! 1,5! 2,5! 1,5! 2,5! 2,5! 2,5! 10 runter! 10 runter! 2,5...! 1,5! 2,5! 4,5! Und dass sehen wir aus Güstpo Sebastian, Und da ist der Athlet, die hat sich gleich 195 Kilo, der Athlet sieht selber nur 74,8 Kilo hier. 1,95 Kilo, 2 Kilo, der Produzierer ist, denke ich, erst aus Bispro. Jetzt einen ... Zwei Ligere höher, er kann nur mit der 12 Kilo. Zwei Ligere höher, ich kann nur mit der 12 Kilo. 210 Tür bitte auf die Handel und dann sehen wir Andreas Fingendorf aus Bayern. Stopp! Kommando zurück. 207,50 Kilo für Maroni Bernd aus Neubrandenburg. 210 Tür. 210 Tür. 1,50 Kilo. Handel ist bereit, Maroni Bernd aus Neubrandenburg. Zweiter Versuch, 210 7,50 Kilo. 210 Tür. 210 Tür. 410 Tür. 410 Tür. 510 Tür. 1,50 Kilo. 210 Tür. Wie wird das? 610 Tür. 1,50 Kilo. 1,50 Kilo. Lass die Flüge! Hüpfe rein! Alles klar, so geht das doch. 207 auf Hüpfe in der Welt und 5 mal um die mehr. Einen hat er noch. So, ich stelle Hüpfe rein. 210 Minuten. Kleine Hüpfe auf die 2-3 auf. Jetzt sehen wir aus Bayern Andreas Wingendorf. Hand ist bereit. 210 Kilogramm für Andreas Wingendorf aus Bayern im 2. Viertel. 29 Jahre jung und 116,5 Kilo Körpergewicht. Auf der Hand ist 210 Kilogramm. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 8. Acht! Jawohl! Ich bin wirklich für dieses Mal aus Hamburg. Von einem haben wir auch noch diese Runde. 235 Kilometer. Grüne runter. Grüne runter. Blau runter. Und blau. Und blau runter. Und 235 Kilometer. Die Grüne runter. Und das 235 Kilometer ab. Und die Brüder. 235 Kilometer sind auf der Antel. Für Jagen Fleckenstein aus Neubrandsburg. Man kann es ausrichten. Komm zurück. Der Wort jetzt passt. Jetzt ist es in der Mitte. Und wir sehen. Jan Fleckenstein aus Neubrandsburg. 26 Jadio. 102,9 Kilo Körpergewicht. Und 235 Kilometer. Auf der Hand. 106 Kilometer. 25 bis hin. 25 bis hin. 20. 30. Wann? Hälfte! Opa! Apo! Der ist dann schuldig. Wenn ich dann das für hier hinweißen, dann hat sie die Asthias und dann hat sie hier bescheuert. Da geht es einfach weg. Die Hände. Gequem? Der ist gut. Ja, hörst du, du gehst rein und wenn die Jungs drin sind, dann sagen sie jetzt und dann kannst du die Hände wegnehmen und packen es rein. Gut, wir gehen in die dritte Runde und wir reduzieren auf 1,80 Kilo. Ab gehts bereit für Felix Gerdke, Felix Gerdke aus Neuver-Armelburg, dritter Versuch, 1,80 Kilo. Das ist ja auch schon Felix Gerdke aus Neuver-Armelburg, 1,80 Kilo, dritter Versuch. Und noch raus, Abwäldern, raus! Ab! Wir sind wieder ganz nahe, 3,80 Kilo in der Wärmung für Felix Gerdke aus Neuver-Armelburg. 195 Kilo, bitte auf die Hand. Felix Gerdke aus Neuver-Armelburg. Felix Gerdke aus Neuver-Armelburg. Felix Gerdke aus Neuver-Armelburg. So, wir hatten es bereit, da kommt schon der Ried, 28 Jahre jung, Felix Oehring, aus Hannover, dritter Versuch, 1.95 Uhr. Und auf! Ab dir, ab dir! Er hat die Hände gerollt, dann hat er jetzt die Probe bekommen. Das passiert manchmal, wenn sie nicht so gut liegt, dann sind die zu weit in die Hände gerollt, aber die Helfer auch gepasst. Vielleicht zugegeben, dumm was er. So, stell der Höhe 10, stell der Höhe 10! Stell der Höhe 10! Stell der Höhe 10! Stell der Höhe 10! Und zwar mit 2,5 kg wieder auf die Handel. 2,5 kg und die ganze kleine hat sich an. Auflassend die 2,5 kg. So, und jetzt sehen wir einen deutschen Rekordversuch. Der deutsche Rekord im Fliebeugen, im Leichtgewicht bei den aktiven Fliebeugen. steht bei 200 Kilo und Sebastian Kieners versucht jetzt 202,50 Kilo. Das hat noch keiner vorher im Rohrkühlen in Deutschland geschafft. Also, der erste deutsche Rekordversuch am heutigen Tag. Sebastian Kieners aus Wüste, 70,80 Kilo, 202,50 Kilo aufgehalten, das wäre das neue deutsche Rekord, erhält den Alten selber mit 200 Kilo und versucht jetzt ein zweieinhalb Kilo leer. 202,50 Kilo bei 74 Kilo Körpergewicht. Sebastian Kieners mit der Versuch. So, nach unten! Sinniger, genau! Herzlichen! Jawohl! Jawohl! Sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt einen tollen Rekord, und schauen wir mal, dass es viel besser ist. Gute Leistung, ja, fast alles. Super. Also, der erste deutsche Rekord, aber auch gestern, haben wir leider einen beim Wattrunden, 58, da hat er gestern beim Wattrunden eine tolle Leistung gesehen, aber kein deutscher Rekord. Das ist der erste deutsche Rekord, wie gesagt, die Wattrunden schließen wir jetzt. Es geht weiter. Zwei Städte nach oben, schon einmal bis 12. Und 250, erst mal umstellen, und 215 auf die Hand. So, die Eisenscheibenhütter, die von der Hütter, die von der Hütter und die blaue Hütter. Die Hand ist bereit für Mahoney Band aus Neubrandenburg. 250. 57. 50. 50. north Yourめ什麼時候 Maisüsted stock.' 40. 50. 50. 400. разм was und ergإennerная 40. «Four elie, 50. 55. und er ist wieder bei 207.5 von der Erwältigung. Aber das nächste Mal kommt das. 207.5 gegen die Werbung aus dem zweiten Versuch. So, Stellunghöhle bleibt bei 12 und wir steigern auf 225 Kilo. 225 Und da sehen wir gegen Jaskoff-Howolski aus Hamburg Da ist er für den Weg aus Hamburg 225 Kilo Und da ist er für den Weg mit 94,9 Kilogramm Und jetzt! Herr Mose, das war heute ganz schön Die Wettbewerb von Jaskoff-Howolski aus Hamburg 225 Kilo bei 94 Kilo Körpergewicht Das ist eine starke Leistung So, wir bleiben bei der Strecke Höheprogen auf 230 Wir bleiben noch rüber dazu Füratlias Wingenlof aus Bayern Und jetzt!